Ein neues Star Stable Blog ist da und das betrifft alles das, was uns im nächsten Monat erwartet. Besser gesagt, nicht alles, einen Teil davon, nämlich den Abenteuerpass oder wie auf Englisch heißt, der Trailblazer Track. Und der hat als großes Thema nämlich mit diesem Blog hier nochmal die ganzen Informationen und wir gehen darauf ein, was Star Stable dazu alles zu erzählen hat. Der Sommer ist da und die Sonne scheint meistens. Das bedeutet, dass viele von uns bei Star Stable etwas Zeit haben, um diese wunderbare Jahreszeit mit Freunden und Familie zu genießen. Wir haben jedoch trotzdem einen neuen Blog für euch. In diesem Monat dreht sich alles um den Trailblazer Track. Auf jeden Fall geht's los von M, Sieg und Evelina, die Spieldesigner und die leitenden 3D-Künstler. Was schreiben sie dazu? Hey, hey, vielleicht habt ihr bereits den Beitrag auf unserem SoMe-Kanälen gesehen, der eine spannende neue Funktion, ach so Social Media, der eine spannende neue Funktion angekündigt hat, die später in diesem Sommer erscheinen wird. Als Teil des Teams, das an dieser Funktion gearbeitet hat, sind wir hier, um einige Einblicke hinter die Kulissen zu geben und euch mehr darüber zu erzählen, was euch erwartet. Wir möchten euch den Trailblazer Track vorstellen, ein System, das euch dafür belohnt, dass ihr euch einloggt und auf eine beliebige Weise spielt, sei es in Quests, Rennen oder bei der Pflege eures Pferdes. Der erste Teil, The Trail of Dawn, wird drei Wochen lang verfügbar sein, ähnlich wie das Pferdekaufenster, das Springreiten und andere Funktionen, die wir während einer begrenzten Zeit getestet haben, veröffentlichen. Wir das erst einmal als Test, um euer Feedback und Daten zu sammeln. Also, dieser erste Test, darüber haben wir ja schon eine Weile geredet, ich habe euch auch schon die ganzen Items gezeigt, die es dafür geben wird, ist dann in diesem Zeitfenster von drei Wochen verfügbar. Und ihr bekommt eben wirklich für alles Erfahrungspunkte, also besser gesagt Trailblazer-Erfahrungspunkte, also Quests, habe ich ja auch schon mal als Special Video nochmal darüber erzählt, könnt ihr euch auch gerne einmal anschauen. Nach der Veröffentlichung des Trailblazer-Tracks wird das Team hart daran arbeiten, die Testergebnisse zu analysieren. Wir werden uns insbesondere eure Kommentare ansehen, was euch Spaß gemacht hat und verbessert werden könnte, sowohl in den sozialen Medien als auch in der im Spiel verfügbaren Umfrage. Wir haben im Team bereits viele Ideen, wie wir es in Zukunft gestalten möchten, beispielsweise das Hinzufügen täglicher, wöchentlicher und sogar Trail-langer Herausforderungen. Sehr geil. Liebe ich in Genshin, dass wir da eben Seasonal, also für den ganzen Parts während der Zeit Aufgaben haben, wöchentliche Aufgaben, wie zum Beispiel hier so große, längere Sachen, mehrere Bosse töten, so und so viel Geld ausgeben. Also Geld meine ich jetzt in Game-Währung ausgeben oder die täglichen, wie zum Beispiel eine tägliche Aufgabe machen, finde ich eine sehr, sehr gute Idee, die euch Fortschritte im Trail ermöglichen. Wir haben eure ersten Reaktionen auf den Teaser gelesen und freuen uns schon darauf zu hören, was ihr denkt, wenn ihr es ausprobieren könnt. Die Entdeckung dieser Funktion war mit vielen Diskussionen über dem Spiel verfügbaren Belohnungen verbunden. Wir alle kennen Horse Experience Points und Jorvik Schillinge, aber welche anderen Belohnungen könnten wir im Trailblazer Track anbieten, die spannend und wertvoll wären? Eine kleine Handvoll eurer Verbrauchsgüter wird im Trail of Dawn verfügbar sein, aber diese Diskussion ist im Team noch lange nicht abgeschlossen und wir freuen uns darauf zu sehen, welche anderen exklusiven Belohnungen wir in Zukunft in diesem System anbieten können. Hier sehen wir im Übrigen auch nochmal genau, was dieser Token war, darüber haben wir ja schon so ein bisschen spekuliert. Ja, hier kostenloses Charakter anpassen als Token, sehr geile Sache, muss ich ehrlich sagen, und das for free. Als wir die Kleidungsstücke als Belohnung für den Trailblazer Track gestalteten, wollten wir, dass das Outfit Abenteuergefühl die neue Erfahrung widerspiegelt, die der Trailblazer Track bietet. Wir haben mit Themen wie Morgendämmerung und Neubeginn herumgespielt, wollten aber auch die gemütliche, warme Stimmung des Spätsommers und Frühherbstes einbeziehen. Das Gefühl von Abenteuer kombiniert mit kuscheligem Komfort machte es natürlich für eine Inspiration ein wenig mehr in Richtung Bücher zu bewegen, was zu der Entscheidung führte, zwei glänzende neue Dekorationsnetze einzubauen. Die schicken Lesebrille und die fantastische Schwertohrringe. Genau, das haben wir nämlich bekommen als neue Sachen eben. Der Rest ist ja so Classical Outfit, das ist so ein bisschen was von diesem, von dem Regenbogen-Event. Und das hier sieht übrigens sehr geil aus. Ich finde, ich, dieses Outfit hier finde ich sehr stylish. Aber diese Lesebrille, ja, wer es mag, aber die Schwertohrringe sind auch geil von der Art her. Ein früherer Entwurf vom Trail of Dawn. Hier haben wir verschiedene Kombinationen von Farbpaletten und Kleidungsnetzen ausprobiert, die zum herbstlichen, gemütlichen Thema passen würden. Und hier sehen wir dann nämlich, die finale Version ist quasi so eine Kombination aus den beiden. Das letzte Trail of Dawn-Spielerset-Spiel. Verschiedene Elemente aus früheren Entwürfen wurden zu einem zusammengefügt und kombiniert. Auf der Benutzeroberfläche bietet der Trailblazer-Track eine elegante, benutzerfreundliche Oberfläche, die ihren aktuellen Meilenfortschritt und die Belohnungen hervorhebt. Wir können problemlos durch die Belohnungen navigieren und wir haben der Einfachheit halber eine Schaltfläche, alle Belohnungen einfordern, hinzugefügt. Pop-Ups halten sie über neue Punkte und Meilensteinerfolge auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass sie informiert und motiviert bleiben. Das Enddatum ist deutlich gekennzeichnet, sodass wir wissen, wie viel Zeit euch noch bleibt, um die Belohnungen zu verdienen. Das ist also nochmal so die Info, die wir haben. Also wir wissen, dass viele Dinge davon wussten wir ja sowieso schon. Aber eigentlich würde ich sagen, finde ich es eine ganz coole Sache. Was stört euch eigentlich am Trailblazer-Track? Stört euch generell überhaupt irgendwas daran? Ich muss persönlich sagen, ich weiß nicht, wie gut ich die Zeit gewählt finde. Ich finde die Zeit an sich nicht schlimm mit drei Wochen. Aber das sozusagen im Sommer anzufangen, weiß ich nicht, ob es die beste Variante war. Ich muss aber auch sagen, dass ich persönlich das jetzt nicht so schwierig zu erreichen finde. Aber ich fände es auf jeden Fall gut, wenn sie diese täglichen Quests, täglichen Challenges und sowas noch hinzufügen, damit manche Leute da vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert sind. Was man nicht sagt, geht blanko rein, macht, was ihr wollt. Sondern dass man wirklich sagt, erfüllt Aufträge, die wir hier gelistet haben. Weil ansonsten ändert sich ja am Spielen des Spiels ansonsten gar nichts. Vergleicht es mal vielleicht, wenn ihr andere Spiele spielt, die solche Pass-Sachen haben. Vergleicht es mit einem Fortnite, mit einem Genshin. Da ist ja normalerweise das, was ihr für den Pass macht, immer schon mal so ein bisschen was anderes als das, was ihr normalerweise macht. Um das so ein bisschen zu differenzieren, dass ihr doch nochmal wie so eine kleine Challenge habt. Also so ein bisschen etwas anderes tun müsst, als jetzt so das Standardmäßige. Weil wenn ihr überlegt es so für euch selber, wenn ihr euch einfach einloggt und einfach so Standardsachen macht, die ihr auch immer macht, dann ist irgendwie der Pass nicht so motivierend, nicht so, naja, man macht halt mal was anderes. Was wäre für euch eigentlich mal so was anderes? Vielleicht gäbe es mal so was wie ein Jumping Puzzle. Erreicht den Punkt XY, der vielleicht ein bisschen schwieriger zu erreichen ist. Klettert vielleicht da und dahin. Macht irgendwie ein Rennen unter so und so viel Zeit, dass man wirklich mal so eine Aufgabe hat, die vielleicht sogar ein bisschen herausfordernder ist. Dafür habt ihr dann aber zum Beispiel sehr viel Zeit. Vergleicht es mal mit Fortnite. Da habt ihr zum Beispiel in dem Pass drin so was wie gewinnt drei Runden. Was für viele Leute bestimmt sehr, sehr schwer ist. Aber dafür habt ihr auch drei Wochen Zeit. Was wäre vergleichbar ein Star Sable? Gewinnt ein Championat. So was in der Art zum Beispiel wäre auch eine sehr fordernde Herausforderung, die dafür dann vielleicht aber auch ein paar mehr Level gibt, als eben vielleicht nur eins oder ein halbes so was in der Art. Fände ich auf jeden Fall ganz nice, wenn es noch solche Aufgaben geben würde. Und dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns heute Abend. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020